Miteinander wohnen, miteinander bauen. Der Leipzig-Fernsehen-Baustellen-Report wird Ihnen präsentiert von der Wohnungsgenossenschaft UNITAS. Hallo und herzlich willkommen zum Leipzig-Fernsehen-Baustellen-Report. Und täglich grüßt das Murmeltier. Erneut befinde ich mich mal wieder auf der Georg-Schwarz-Straße in Lindenau, dieses Mal aber an der Ecke Merseburger Straße. Ja, und hier werden mal wieder die Gleise rausgerissen und erneuert, als hätten wir das noch nicht gehabt. Und das führt bekanntermaßen zu einer Vollsperrung in diesem Bereich. Die Umleitungen wurden dieses Mal stadtauswärts über die Lützner-Kranach-Straße und Karl-Ferlemann-Straße eingerichtet. Möchte man aber in die Stadt hinein, kann man das immer noch tun. Und zwar über die Erich-Köhn-William-Zipperer-Straße und Demmering-Straße. Ja, bis zum 13.06. wird dieser Bereich noch voll gesperrt sein. Ich werde auf jeden Fall schon mal mein Zelt aufschlagen, denn ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier bin. Wer mitmachen will, kann das gern tun. Ich werde schon mal den Grill anschmeißen. Bis dahin wünsche ich allen Autofahrern eine gute Fahrt und gebe zurück zur Drehscheibe. Der Leipzig-Fernsehen-Baustellen-Report wurde Ihnen präsentiert von der Wohnungsgenossenschaft UNITAS. Ihr starker Partner in Leipzig.